Brains... 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 Ja! Hallo zusammen! Und damit herzlich willkommen! Nicht dir wehtun, Leni! Nein, nein! Ich bin natürlich kein Zombie! Herzlich willkommen zurück bei... Oh, zum ersten Mal von Mods kurz angezockt einem Teil 2! Herzlich willkommen zurück hier bei Mods kurz angezockt Teil 2! Natürlich nicht auf Zombies Channel, sondern auf deras Channel, das war natürlich nur eine Maske, die ich aufgrund eines total abgefahrenen, verzauberten Schwertes hier abstauben konnte. Schon ganz viele haben wir von den Zombie-Masken sogar bekommen, nech? Ähm, ja, ich mach mal hier normal wieder Kamera und tralala... Ja, das ist wie gesagt das, was wir bisher geschafft haben... Achso, oder? Leni? Äh, ne! Nicht? Ne! Hier, das? Ne! So, das ist unser Haus... Nein! Das wird der Rohbau, da kommen noch die Fenster ein... Wände sind fast fertig... Die Leni schüttelt ganz doll mit dem Kopf... Nein! Okay... Ne, ich hab euch angeschwendelt... Äh, das stimmt überhaupt nicht... Wir haben grad einen riesen Spaß mit den Mods... Wir haben... Ihr seht's grad mit Texture Pack, dass die Leni mühsam zusammen gebastelt hat... Ähm... Ähm... Wir wollen euch einfach einen kleinen Vorgeschmack liefern... Wie gesagt eben das... Schon die Verzauberung hier soll dann... Äh, so eine kleine Energiefarm hin... Da oben soll ein Kraftwerk rein... So sieht mittlerweile unser Haus aus... Äh, ja... Wie der Weg dahin war... Ihr kennt ja schon die allerersten Anfänge... Und wir wollen euch auch weiterhin den Weg dahin zeigen... Und nicht vorenthalten... Wir haben das so angelegt jetzt mittlerweile... Oh, das Portal ist grad ein bisschen kaputt... Naja... Wie dem auch sei... Jedenfalls, wir haben's jetzt so drauf angelegt... Drei Teile Mods kurz angezockt von hier... Jockbums... Äh... Die haben wir noch ohne Texture Pack zum Beispiel aufgezeichnet... Da haben wir echt einfach noch... Frei und fröhlich angezockt... Und ja... Mittlerweile sind wir schon ganz hart am Absuchten... Oh, was geht denn hier schon wieder an? Ich hab das Portal repariert... Oh, ah... Sehr gut... Ja, mittlerweile ist es schon hart am Absuchten... Und nicht mehr nur am Anzockten... Deswegen gibt's dann... Ab danach auch schon ein paar Folgen aufgezeichnet... Let's play hier... Jockbums... Jockboxbums... Jockboxcast... Jockboxbox... Irgendwie so... So Zeug, was ich... Ähm... Hier schon in Zaubereien und Maschinen gemacht hab... Gibt's hier nicht zu sehen dann... Hier gibt's neue Sachen zu sehen... Mit Bienen... Ja... Nech... Und verrückten... Und verrückten anderen Dingen... Und ähm... Ja... Strom aus... Irgendwelchem... Dreck... Erdzeug... Und das wollen wir automatisieren... Und wir haben ganz viele verrückte Sachen schon gesehen... Und hier gibt's ganz viel zu tun... Wir geben uns ganz viel Mühe... Wir nehmen uns ganz viel Zeit... Oh ja, da... Eine Mine... Ja, verrückt, nech... So... Ja... Der kommt dann morgen oder übermorgen in Wälde... Und dann... Kurz darauf folgend... Auch die neue Let's Play Reihe... Mit diesem angezockten Texture Pack... Also... Äh... Texture Pack sag ich schon... Ja... Ähm... Mod Pack so... Viel Spaß euch... Und... Ja... Tschöööö... Und äh... Viel Spaß! Ja. Ja, äh, hier Gangsein. Ach, schön hier durch den Garten. Gute Nacht. Oh ja, bevor es... Bevor es zu nahe spawnt. Hier nochmal... Oh, oh, und offen und ich hab... Ach, keine Türe grad drin. Oh Gott. Oh Gott. Ah. So! Jetzt aber. Ähm... Mit Vollgas voran. Also jetzt mach ich... Oh, wir brauchen mehr Nupsi-Zeug wahrscheinlich. Haben wir jetzt hier Nupsi-Bäume gepflanzt? Ja, zwei Stück. Zwei nur? Ja, ich hab nur zwei Sepplings bekommen. Oh. Äh, aber du hast die ganzen, ähm... Die Böppel? Die sind in irgendeiner Kiste. Die Dinger zum Abmachen. Ja. Ja, ja. In der Kiste meinst du? Mhm. In irgendeiner Kiste sind die Böppel. Okay. Ähm, ja. Ah, hier sechs Stück erstmal. Ja, aber irgendwie ist hier grad eh kein... Ah, ah! Ja. Grad, wo ich sag... Grad, wo ich sag, find ich einen Nupsi. Einen Böppel. Äh, einen Böppel. Also hier, da. Ohohohoho. Äh, also findet man die besser. Sieht aber hässlich aus. Hast du wenigstens einen Sepplings gefunden? Ähm... Ich hab drei. Sepplings? Ja. Soll ich die setzen? Ja, bitteschön in einer Reihe dann. Also hier... Noch einen... Vielleicht? Ja. Ähm, und dann vielleicht... Hier? Ne, es ist zu weit weg, oder? Hier noch so'n Hang... Ja, so'n Hang... Hang Nupsi-Baum. Ja. So, siehst, hat's sogar noch was Gutes. Ach, der Schau! Der Schau! Da kannst du direkt schon abmachen. Ja, dann kann ich... Warte, dann kümmere ich mich jetzt direkt um Macerator. Ähm... Macerator. Ach, hier hat's sogar die zwei. Glaube ich. Rotary Macerator. Crazy Shit. Naja, erstmal den normalen. Äh, richtig. Wir brauchen auf jeden Fall ne Menge... Das ist... Oh, da brauchen wir Refined Iron. Also muss man auf jeden Fall nochmal... Refined Iron, aber Iron haben wir ja schon zum Glück. Ja. So. Ähm... Also so'n Machine-Block und... Redstone hat man, ne? Braucht man halt noch Kabel. Und Kabel sorgt man grad dafür, indem wir hier Nupsi-Gedöns machen. Hm. Na, das läuft doch, würde ich sagen. Oder nicht? Ja. Und irgendwann, wenn wir genug Nupsi-Gedöns haben, dann kommen hier wieder normale Bäume hin. Freundchen. Hä? Also normale Nupsi-Bäume. Ja. Mit unabgeschlagenen Bäumen. Ja, 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 ja. Ja. Hä? Nix. Gut. Ich dachte nur, es wär was los. Nö. Gut. Na denn. Ich hätt mich nur fast selber umgebracht. Ach so. Na dann, wenn's weiter nichts ist. Wie denn? Wenn ich fragen darf? Ich hab mich fast hier runter gebabbelt. Hä? Hä? Ich wär hier fast runter gefallen. Ah ja. Wo hier? Hier an der Klippe. Ach so. Vom Böppelbaum. Ach so. Na wenn's weiter nichts ist. Wenn's weiter nichts ist. Naja, ich bin hier wenigstens fleißig. Und mach schön Fußboden. Dass es nicht mehr ganz so karg aussieht. Ist das nicht toll? Ja. Ist das nicht toll? Ja. Klasse. Ja. Na dann. Einen guten. Einen guten. Na ja. Oh, ich auch. Sven. Ja. Nehm ich Brot. Oh, ich ess jetzt ein lecker Brot. Dom Dom Dom. Besten Dank nochmal dafür. Ja sehr gerne. Es war einfach nur sensationell. Genial. Genial. Cool. Ja. Hey du. Hm? Ja. Oh, danke. Aber wie man sehen kann. Der Fußboden hier sieht relativ fertig aus. Ja. Schick. Ja. Ja. Ähm. So. Hm. Darf ich direkt schon irgendwas für Maschinenteile bekommen? Sofort. Sogleich. Wo ich Maschinenteile reinmachen darf? Ja. Sofort. Sogleich. Okay. Na dann warte ich einfach erstmal, ja? Okay. Bis es dann losgeht, ja? Mhm. Yay. Ich darf warten bis es losgeht. Darfst du. Super. Warum wird das hier eigentlich zum Lagerraum grad degradiert meine wunderschöne Maschinenhalle? Ne jetzt bin ich grad nicht lustig. Das ist... Ja dann bau wir den Rest vom Haus. Ja ich will... Ich muss uns Maschinen aufsetzen, dass es hier vorangeht. Du musst den Rest vom Haus hier mal anfangen zu... Was? Aus was denn? Dingen. Ähm. Materialien. Ressourcen. Ja aus was für Ressourcen? Rohstoffen. Schönen. Ich kann... Okay, dann nehm ich das Silbererz. Dinge die gut aussehen, aber nicht zu... Oh. Ja das ist jetzt die Rache. Hab ich jetzt... Ist ja... Ne das war kein... Nein. War nicht. Nein. Alles gut. Ganz ruhig. Aber ich hab jetzt hier das Feld trotzdem kaputt gemacht. Ja dann komm ich halt mit meiner Hacke und äh... Die weg ist. Weil sie wahrscheinlich explodiert wird. Ne ich hab eine gefunden. Meine rote? Ich hab... Irgendwo hatte ich eine gesehen ja. Ah. Es ist so schrecklich hier. Aber du machst das gerade ja? Wupp. Schon ist wieder alles gut. Du da. Ja. Du kümmerst dich da grad drum ja? Ja. Schon erledigt. Ist ja immer noch nicht sortiert hier. Es ist ja immer noch... Ich dachte ich soll das Haus bauen. Aber hier ist doch schon einiges. Was soll... Aus was für Materialien soll ich denn bauen? Schönen, die gut aussehen dazu. Wie gut dazu passen. Da? Optisch. Da? So was? Nein. Na. Ja. Das ist zu teuer. Das können wir uns nicht leisten. Ach Manu stimmt. Hier gibt's ja kein Äquivalent Exchange. Ja. Verdammt. Tja. Ja dann muss ich mir eine blaue Schaufel machen. Tja. Da kann man nichts machen, ne? So ist das leider. Ich geh jetzt erstmal ins Bett. Oh. Ja. Nein? Doch. Ach. Ist immer noch keine Tür drin. Ja. Na ja. Wie soll das? Ja. Also das ist ein Problem, dessen nehm ich mich sofort an. Sehr gut. So. Da. Fertig. Zack. Sehr gut. Ähm. So. Ich hoffe das ist jetzt das richtige Kupfer. Hast du noch irgendwo Smooth Stone? Bitte was? Hast du noch irgendwo normale? Ja. Wie viel? Ausreichend? Wirklich? Wie viel willst du? Viel? Ja jedenfalls. Ist ein bisschen. Und hier hast du auch Stone Bricks, falls du noch willst. Ah cool. Schick machen. Danke. Falls irgendwas. Ja. Ähm. Ja. 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 Ich muss erstmal hier eh ein-ebenen. Du musst erstmal eh ein-ebenen? Ja. Die E-ebenen. Ein-ebenen. Achso. Mach das. Ja. So. Naja. Ich mach hier einfach mal weiter lang hin, ja? Mhm. What? Dann haben wir ja beide was zu tun. So. Ich hätte dann gern irgendwann auch noch ein Tiergehege. Tiergehege? Ja. Für was für Tiere? Schweinchen! So. Normale Standard-Tierchen. Ja. Weil wir haben ja jetzt auch Karotten. Ja. Oh ja, stimmt. Schweine. Schweine rennen. Schweine rennen machen. Oh ja! Da bauen wir um das Haus eine Rennbahn. Mhm. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt, ja. Ganz bestimmt werden wir das tun. Nicht. Nicht. Schade. Hätte mich sehr gefällt. Aber, naja, doch. Obwohl. Eigentlich finde ich das ganz snackisch, die Idee. Doch. 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 Also wenn es sich einrichten lässt, dann kann man da tatsächlich mal drüber nachdenken. Was? Jetzt hätte ich mich fast selber umgebracht. Ach, lass doch den Scheiß. Das ist nämlich ganz schön gefährlich hier. Was? Auf der Kante rum zu hüpfen. Welche? Äh, die hier ein wenig in die Tiefe geht. Welche? Draußen? Ich guck mich hier nicht so um. Ach, Banause. Ich baue hier nur so vor mich hin. Banause. Nee, ich habe wichtige Dinge zu tun. Ja, ja. Ich auch. Und mich darum zu kümmern, dass hier Sachen vorangehen. Mhm. Ja. Ich auch. Ist so. Ich sorge für ein Dach über unseren Köpfen. Ah, ja. Ja. Super. Und, äh, wie machst du das so? Weißt du, mit Steinen und so? Ah, ja. Aber ich habe doch schon ein Dach irgendwo im Kopf. Ja, aber. Ja, aber. Ja, aber. Aber. Das geht so nicht. Es tut mir leid. Ich zerstöre gerade deinen kompletten Smoothstone. Hä? Ja, wenn ich den falsch setze. Ja, dann setzen doch nicht falsch. Pro-Tipp. Aber das macht so viel Spaß. Ja. Toll. Ähm, naja, ja. Na ja. Ja, na ja. Ja, na ja. Ja, na ja. Ja, na ja. Dann, ähm. Was machst du da? Jetzt mache ich, äh, den Proforma-Zaun wieder weg. Jetzt sag nicht, du hattest da hier alles ringsrum mit Holz vollgebaut. Nur wegen diesem Schaftes, das dich abhaut. Oh, Mann. Ja. Fattig. Oh, Mann. Passiert halt. Mhm. Schon okay. Nennen wir mal irgendwo Eisenbarren. Ja. Was willst du denn damit? Ich brauch zwei Stück. Wofür? Für Flauschen. Mach dir doch welche aus Edelstein. Blau, grün. Keine Rubine mehr? Nein. Nee. Es gibt keine, es gibt Schiers aus Edelstein. Nicht? Nee. Oh, schade. Okay, dann muss ich mich halt schweren, schweren Herzens von zwei Eisenbahnen trennen. Danke. Ja. Was? Ich bin hier grad... Hey, ich mach hier mal grad... Was? Ich mach hier grad ganz entspannt meinen... Oh, was? Hier sind so komische Sachen noch manchmal dran, wenn ich... Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Wie beim rausnehmen. Ja, was denn? Oh, was ist das denn? Ist das... Ist das für Bienen? Ja. Ja, du gehst so ab. Ich geh jetzt Bienen fangen. Was? Hehehe. Bienen? Bienen. Von dem Bienen... Ach... Halt! Oh! Wir sind... Hier ist vielleicht... Andere Seite... Da drüben... Ja, guck mal da runter! Was denn? Oh, da ist... Au! Party! Die... Mal in der anderen Seite... Richtung Dschungel war doch auch irgendwas, oder? Ja, ja, Richtung Dschungel war glaub ich auch irgendwo einer. Glaub ich. Hm. Ähm... Wo? Ich guck grad. Ich guck grad. Es ist halt... Ohne... Ohne Optifine ist halt... Das stimmt! Ohne Optifine. Da ist ein Wappel. Was? Ja, äh... Ich bin ja jetzt hier nicht... Oh, hier ist alles voll schon wieder. Alles schon wieder respawned. Ich bin jetzt aber erstmal mit Kabeln... Ich will nicht sagen gut bedient, aber ich kann erstmal das Nötigste machen. Ich komm vielleicht sogar bis zum Extraktor. Ich weiß nicht. Aber ähm... Ähm... Joa. 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 Also bei der... Bienen... Zombie-Hausschweinkuh war kein... Sicher? Oder? Wo sind wir da echt... Weiß... Weiß ich nicht. War hier nicht. Ich dachte ich hätte mehr gesehen hier schon rund rum. Oh Mann. Ich hoff da hatten wir vielleicht schon mal sogar was von aufgenommen. Ähm... So. Hätte ja hier oben bei uns einfach mal einer sein können. Ja. Oh ich muss was essen. Aber jetzt sind wir hier beide unproduktiver Musiker. Ich will Bienchen. Ich will was schaffen. Weil ich bin... Ich kann so viel... Ich hab jetzt meine... Nupsi. Meine... Rubber... Rubber. Hast du bei uns? Ich hab... Ne. Ich hab auch mal was gefunden. Guck mal da. Was? Wut. Sterben wir da? Vielleicht. Oh mein Gott wir sind schon so oft gestorben. Coolio. Und ich hab so viel Zeug dabei. Geilio. Ja dann bleib hier. Bleib hier. Ey das ist so ein... Oh nein. Ist das ein Teil was? Blitze. Blitze. Oh ich hab so wenig Rüstung. Warte. 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 Stopp. Hast du Pfeile? Stopp. Nein ich hab... Ich hab da hinten alles im Haus. Aber wir sind schon so weit gelaufen. Ich hätte mir jetzt noch schnell ne Rüstung gecraftet. Ich hab so Eisen. Oder... Keine Ahnung. Hä? Halt. Ah. Aber da ist auch ganz wenig Rüstung. Geh. Geh. Geh die Rüstung craften. Oder wollen wir zurück zum Haus. Wir merken es uns einfach. Aber... Aber... Oh jetzt halt ich... Ne. Doch. Ne. Doch. Oh. Das kommt. Wie viel Schaden hat es gemacht? Oh anderthalb Herzen. Oh aber... Komm grad nicht ran. Oh. Au. Scheiße. Noch was. Oh nein. Scheiße. Au kacke. Kann man das blocken? Ah. Yeah. What the fuck. Ich hab irgendwas komisches bekommen. Eine... Whispy Essence. What the fuck. Was war das für ein Vieh? Das war ein Whisp. Oh. Ich hab's besiegt. Hier ist noch einer. Oh nein. Ja. Du musst ihn ziehen. 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 Dass er flach kommt. Zieh ihn. Nicht zu weit weg. Ich glaub jetzt könnte er dich verloren haben. Warte mal kurz. Wenn er jetzt kommt. Ich muss erst mal kurz regen. Hast du genug zu essen? Ja. Ich bin voll. Hast du was zu essen? Ja. Mehr als genug. Ich hab viel zu viel dabei im Endeffekt sogar. Ich auch. Ja. Ah. Aber er hat dich verloren glaube ich. Weil... Weißt du. Einer muss so ein bisschen hier flach lang ziehen. Ja. Dann ziehst du und ich schlagen. Dass man... Dass er niedrig ist. Ich zieh. Ja. Dass er... Ja. Okay. Ähm. spielt mit... Ja. Du hast mehr Rüstung als... Ah. Aua. Ja. Ich glaub jetzt hat er dich verloren. Ja. Der hat mich übelst gekehrt. Es tut weh wie die solche. Ohne Rüstung. Das ist... Das ist fatal. Es tut weh. Ah. Und du hast halt auch nicht viel. Du hast nicht viel Rüstung. Du bist noch zu süß um zu sterben. Wo ist er denn jetzt? Der ist irgendwie nach da unten abgehört. Der ist da unten. Au. 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 Der wird... Mal nicht sterben bitte, ja. Ich versuch's. Weil ich bin dann der nächste. Der ist der nächste Rüst. Nein. Oh, lauf, lauf, lauf um dein Leben. Es wird auch noch Nacht. Lauf, lauf um dein Leben. Moment. Wir müssen uns vorbereiten. Das können wir nicht einfach so machen gerade. Okay. In der Rüstung. Und... Ohne Scheiß. Oh Gott. Und wir bauen eine Strategie für die. Und überhaupt. Und... Oh Gott. Wir müssen hier unbedingt weitermachen. Ja. Definitiv. Beim nächsten Mal. Aber vorher tue ich Flauschi nochmal scheren. Ja. Flauschi. Ja. Flauschi. Schnell schlafen. Ja. Komm her schon. Ich komm nicht... Ich komm nicht in die Tür rein. Schnell. Oh, schön. So, jetzt. Schluss aus. Ende Gelände. Ja, jetzt muss wirklich hier ähm... Hurra. Ja, die Kiste. Stimmt. Loot. Ja. Epischer Loot. Hier ist nämlich gerade gar keiner. Ja. Epischer Loot. Äh. Oh. Oh.